Und damit Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars, die komplette Saga und mit dabei ist immer noch, wie gewohnt, der Black Knight. Hi. Kapitel 2 Flucht von der Echo-Basis Breale Truppen haben mit dem gnadenlosen Ansturm auf die Rebellenbasis sofort begonnen. Die Rebellen halten sich tapfer, doch der Feind ist überwältigend stark. Im Kommandozentrum der Echo-Basis, tief im Innern des Eises auf diesem gefrorenen Planeten, überwachen Han Solo und Prinzessin Leia die Evakuierung des Rebellenpersonals. Doch als die Sturmtruppen die äußere Verteidigung durchbrechten, müssen sie selbst schnell einen Fluchtweg suchen. So, jetzt befinden wir uns auf Hopp. Und zwar auf der Station. Das war mal interessant auf dem Eisplaneten, ne? Hm. Hatten wir ja, wie gesagt, so auch noch gar nicht. Ich glaube, da musst du weg. Nein! Ja, da musst du recht. Oh, direkt Schnee drucken. Auch ebenfalls neu. So. Weiter geht's. Let's go. So. Da müssen wir, glaube ich... So, warte mal. Kann man kurz? Lass mal gucken, was das hier ist. Äh, warte mal. So. Naja. Warte, wir knüpfen, wir müssen es gleichzeitig. Drei, zwei, eins. Na, willst du einen Kaffee? Natürlich. So, weiter geht's. Oh, direkt wieder. Stumm. Nein! Nein, doch, Mann! Alles verloren. Aber auch wieder alles gewonnen. Warte mal. Lass gucken, was hier links ist. Da ist es zu. Wie schaut's hier aus? Ah, okay. Hier können wir, glaube ich, rein. Na, warte mal. Geh mal kurz da hoch. Warte. Mach mal am besten nichts. Ich denke, dass... Hier, genau. Ja, da ist ein Minikit. Ja. Let's go. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich mach das schon mal. Ja. Ne, warte, andere Richtung. Ja. So, perfekt. So. Er schiebt mich mit. Ja, los. Schieb uns. Schieb uns. Ich glaub, du sollst es da eher weggehen. Ja. Perfekt. Ah, C3PO. Hi. Ich lebe es auch noch. Das können wir, glaube ich, nicht machen. Da brauchen wir vier Leute für. Wenn du nachher irgendwie keine Chewbacca oder R2 oder Luke... Ja. Okay, dann komm mal mit. Denn ich glaube, ja... Warte, geh mal weg. Wo kommst du denn jetzt her? Das hat manchmal echt so random mit den Leuten, ne? Richtig random. Das ist außen nichts, ne? Ja. Oh, da geht's auch wieder ab. Ach, nee. Das war... Jetzt... Lass mal... Warte. Okay, interessant. M2... Äh, M2, perfekt. C3PO-Logo drauf. Warte mal. Kommt er da her? Ah, warte mal. Ich glaube... Ja, warte. Warte. Man kommt da, glaube ich, hoch, ja. Lass mal gucken auf der anderen Seite. Nur noch die Stats da bekommen. Ja. So. Warte. Jetzt. Perfekt. Nice. Ja, warte, 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 warte. Ja, und jetzt... Bisschen. Ja. Jawoll. Let's go. Ja, ich glaube... Ja, ich nehme mal R2. R2, Mann, warum verwechselst du immer? C3PO, so. C3PO. Ja, warte. Stell dich mal da hin. Ah, okay. Und dann kannst du dich, glaube ich, irgendwie hochflippen lassen. Ja, perfekt. Nice. Okay. Ist der schon mal drüben? Ich gehe mal nochmal... Komm mal kurz mit. Ja. Ich glaube, hier können wir auch noch... Hä? Das geht nicht? Okay, interessant. Wahrscheinlich. Na ja, gehen wir mal weiter. Komm mal jetzt. So. Oh, schon wieder welche. Ja, komm. Komm hier denn her. Warte. Ja, jetzt kannst du es aufmachen. Perfekt. Pass auf. Nicht runterfallen. Genau, in dem Moment falle ich runter. Ja, jetzt, glaube ich, ist weggehen und nicht schießen. Nein! Warum explodiert das denn automatisch? 2 ist weg. Warte mal. Ich glaube, wir müssen jetzt hier lang. Aha, okay. Ja, sieht interessant aus. Nur noch blaue Stats. Aber das könnte ein bisschen riskant werden, die da am Rand zu treffen. Ich habe sie. Let's go, du auch. Das war echt ganz schön riskant. Wie eine Lotterie einfach. Lego Star Wars Casino. Ist so. Wer kennt es nicht, dass Lego Star Wars die komplette Saga der Casino. Ja. Nein. Noch. Einen müssen wir betätigen. Und dann geht, glaube ich, die Tür auf. So. Da hoch kann man, glaube ich, nicht, ne? Ja. Ne. So. Let's go. Ja. Nice. Tür ist auf. Was können wir hier machen? Nein, nicht schlagen. Mann. Aussteckig. Fehlt auch nicht mehr so viel, dann sind wir wahrer Jedi. Das wäre natürlich auch ein ziemlicher Erfolg im Vergleich zur letzten Folge. Da sah es natürlich nicht so berauschend aus. Warte mal, das kann ein Elke machen. Lass mal kurz hier gucken, was es hier gibt. Ah, doppelte Punktezone. Nice. Ah, klar. Da geht's. Gab's, glaube ich, in der Prequel-Trilogie nicht so viele von, ne? Ne. Ich glaube, jetzt nur hier in Episode 4 und 5, ne? Original-Trilogie. Weil davor habe ich nicht so viele gesehen. Ist mir zumindest nicht aufgefallen. Wetten, kommt hier gleich wieder irgendwer? Man hört auf jeden Fall schon mal Blaster-Geräusche. Ja, hier hinter der Tür. Uh. Hier geht's ab. Nein. Äh. Chewbacca. Oh, hi. Wie geht's? Warte mal. Es fehlt auch nicht mehr bis zum wahren Jedi. Warte mal. Ja, komm mal. Komm, das kriegen wir noch hin. Warte. Das schaffen wir noch. Dann bin ich stolz auf uns. Oh, wie knapp. Warte. Oh, sorry. Komm. Ja, jetzt. Jawohl, nice. Nice. Und ich glaube... Warte. Ja, sorry, C3TO. Wir werden aus dem Weg gehen. So. Immer noch nicht. Komm da nicht hin. Wo kommt ihr denn her? Ey. Wieder außen nichts, ne? Einfach so. Let's go. Schon wieder. Das ist halt echt so random, ne? Junge, die kommen einfach... ...kau, von der Decke. Okay. So, jetzt das hier. Und dann... Warte. Lass es mal hier durchschieben, weil ich glaube, da hinten... Nein. Ey, geht doch weg, Mann. Keiner braucht euch. Keiner hat euch gerufen, dass ihr kommen sollt. Das ist so. Ah, okay. Dann... Genau. Perfekt. Jawohl. Nice. Ja, warte. Ja. Let's go. So, jetzt geht's. Kommst du drauf? Ja. Sollten jetzt, glaube ich, hierhin gelangen. Ja, hier oben. Genau. Clownstar nimmt man gerne mit. Jawohl. Da, Vader. Da, Vader. Tschüss. So, Luke. Kommt jetzt hinterher. Level abgeschlossen. Freispiel, freigestaltet. Han Solo, hot. Prinzessin-Layer, hot. Nice. Skow-Wara-Yeesim auch geworden. Nice. Und 54.000. Kann man machen, ne? Da will ich. Und noch einen goldenen Stein. Nice. Und ja, dann würde ich sagen, war es das wieder mit einer weiteren Folge von Let's Play Lego Star Wars. Die komplette Saga. Und ich würde sagen, sehen wir uns morgen bei der weiteren Folge wieder. Bis dann. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. Und ciao. Ciao.